Hallo und grüß euch in der Klemmwerkstatt. Ich bin gerade beim Sortieren, weil dadurch, dass die Klemmwerkstatt soweit fertig ist, kann ich einsortieren und da habe ich wieder eine Idee gehabt für diese Wand und da ich ja noch wissen will, wieviel ich noch kaufen muss, bevor es es nicht mehr gibt, habe ich mir gedacht, ich muss noch was aufhängen und schauen, wieviel ich noch brauche und da mir hier noch was übergeblieben ist von dem System, habe ich mir gedacht, hänge ich hier noch so Schalen auf und darunter hänge ich die auf, lasse aber noch ein bisschen Platz für größere, entweder mit oder ohne Deckel, kommt darauf an wie ich sie bekomme, die ich nur da so drauf stelle, die werden dann hier montiert, so wird das dann montiert, da habe ich dann die kleinen Schalen, die größeren Schalen so herüber und die montierten Kästen und das sollte sich dann ausgehen, dass unten am Boden ein bisschen Platz noch ist, damit der Saugroboter fahren kann, weil ganz am Boden möchte ich es nicht, sondern ein bisschen erhöhen, das sollte sich, was ich so geschätzt habe, ausgehen und das mag ich jetzt und ja, so, wenn ich das gemacht habe, zeige ich euch dann, wie es weiter geht, vier Teufel einmal. So, wie ihr seht, baue ich hier weiter, die werden jetzt noch aufgehängt hier, dann kommen noch welche dazu, die kaufe ich noch, dass die Wand komplett voll ist und ich habe auch nebenbei schon Steine sortiert, ich habe mit Weiß weiter gemacht und, aber natürlich noch nicht bei Weißen alles, also es ist einmal ein Anfang und ja, so geht es halt so entlang mit dem Weißen weiter dann und hier habe ich halt dann die Modi, die modifizierten Steine, die Modi, Modified oder wie man das sagt, keine Ahnung, da habe ich schon einmal und da schaue ich halt, dass jede Farbe, wenn sie sich ausgeht, was weiß ich, da fange ich mit Schwarz an, so wie hier, Schwarz, Weiß, Rot und Grün, Blau, was auch immer, hinauf, geht es dann hier dann halt mit Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün oder so. Sollte sich nicht aus den ein Kasten für die Modified, weil es gibt ja so viele, dann kann ich ja weiter verrücken. Also da kann ich sagen, dann nehme ich halt zwei Kästen für eine Farbe, aber das werde ich sehen beim Sortieren, das kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich ja erst beim Anfang bin vom Sortieren. Okay, das war wieder einmal ein Update zu meiner Klemmwerkstatt, Teil 2 quasi, der erste Teil war eh länger, die Entstehung von der Klemmwerkstatt und jetzt mache ich halt so kleine Updates, wie es weitergeht. Okay, dann tschüss Pierteich, bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Gratis Abo da lassen wollt, dann macht das, dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ihr auf die Glocke haut, würde mich echt freuen. Tschüss Pierteich, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.